Bitte, ihr könnt euch ganz frei entscheiden, ob ihr jetzt einfach sagt, ihr wartet unter Umständen das Retter ab. Wir wissen genauso wie hier, es sieht nicht gut aus, aber wenn jetzt das jetzt gleich so weit zieht, dann würden wir natürlich ganz normal starten. Jetzt anzufangen ist ganz, ganz schwierig, weil dann nehmen wir uns natürlich die Möglichkeit, dass jeder sehr, sehr schnell hier verschwinden kann, falls er möchte. Oder beziehungsweise, dass wir alle da mit dem Tritt sind und nicht aufschlagen können.